Willkommen zurück zu Spyro. Ja, das letzte Mal sind wir hier runtergefallen. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht passiert. Ich bin jetzt ganz vorsichtig. Hier war das gewesen. Oje. Da ist auch noch ein Loch. Mal eins. Alter. Wenn jetzt dahinter nichts gewesen wäre. So. Fehlen aber noch Steine. Kann ich dann von hier aus irgendwo hinfliegen? Ah, nach da. Zu dem Baumstamm da. Oh mein Gott. Nein. Nein. Geh doch auf den blöden Alter. Da oben sind schon wieder Gegner. Boah. Was für eine Geburt. Bremsen. Da sterbe ich doch wieder. Das sehe ich doch jetzt schon. Ein paar sind übrig geblieben. Die muss ich auch noch. Oh, nicht runterfallen. Boah. Gut sei Dank. Gott sei Dank. Hier müssen jetzt eigentlich genug Steine sein. Ich hoffe es einfach mal. Alles Zehner. Fünfer. Und hier noch ein Zehner, ja. Jawohl. So, haben wir denn alles jetzt hier. 500, 500, 500 und 4 von 4. Alles klar. Können wir weg. Aber da kommen noch heftige Level, glaubt mir. Ich bräuchte jetzt eigentlich mal ein Hühnchen. So, ich bin ja jetzt hier rüber gegangen. Von da bin ich gekommen. Okay, war da drüben noch ein. Ich gucke mal eben. Hier unten war noch ein, ne. Ah, Fluglevel. Na gut, das zeige ich euch. Entschuldigung. Schaffen wär ich's, glaub ich, nicht. Wie alle flug. Ich bin einfach zu blöd für die Dinger. Ja, für diese, für die Dinger. Ja, hier müsste man, die Boote müsste man eigentlich. Dann müsste man hier kombinieren. Ja. Ah, ich kann's ja nochmal zeigen. Das war jetzt dumm. Ich weiß nicht, wie flach man da runterfliegen muss. Es ist einfach. Boah. Alter Schwede. Boah. Jetzt schon hab ich ein Boot verpasst. Na, ich flieg einfach mal ne Runde hier. Guck dir noch ein Boot. Jetzt müsste man die Kisten. Oh je, hier oben. Auch verpasst. Dann haben wir hier noch Flugzeuge. Oh ne. Die sollte man am besten natürlich, dass da einer entgegenkommt. Sonst bringt das gar nichts. Ne, man braucht hier richtig viel Zeit am Ende. Naja, gut. Ich hab's euch gezeigt. Oh, 60. Ehrlich jetzt. Sonst hab ich immer 120 gekriegt. Naja, ist ja nicht so schlimm. So, wenn das hier war, dann war hier aber keins mehr, ne? War bloß ein Wildschwein noch da hinten rum. Wieso sind denn da jetzt... Ach, ich wollte grad sagen, wieso sind denn da jetzt zwei Wildschweine? So, dann müssen wir jetzt hier auf die Seite weiter. Komm her. Genau, dahinterm Baum war ja noch. Und ich glaube, hier war auch ein Hühnchen. Genau. Und noch eins. Brauchst du noch eins? Ja. So. Tritops. Alles klar. Reiner. Äh, wieso ist denn hier so ein... Indianer? Okay, die kann man einfach wegpusten. Was hatte das jetzt mit den Eierdieb hier? Äh, nicht, dass der mir jetzt die ganzen Eier wieder klaut. Moment mal. Wieso ist hier ein... Wieso ist denn hier ein Strudel? Ach, hier unten geht's auch noch weiter. Na gut, ich geh erstmal hier lang. Alter. Ich glaube, Moment. Konnte man hier am Fenster... Ah, da ging's auch weiter. Mal vormerken. Schmeißen die mit Bananen? Das ist aber hier und hier. Boah, das ist so ein... Guckt euch mal an, wo man überall hin kann. Da drüben ist ein roter von den Eierdien. Okay. Ich glaube, den muss man kriegen. Ah, ich hab hier ein Hühnchen gehört. Schön. Ah, hier ist die... Ein Schlüssel gibt's hier also auch zu finden. Okay. Wieso war der jetzt rot? War der vorhin nicht grün gewesen? Der... Lass mal die noch mitnehmen. Und den befreien. Isaac. Wenn du vom Ende einer Supersprint-Rampe springst, kannst du es weit bringen. Ich hab's im Griff. Okay, wo ist jetzt der... Moment. Ne, von da kam ich. Da drüber. Schaff ich das von hier aus überhaupt? Ach, hier ist eine Beschleunigung. Oh mein Gott. Oh nein. Aber ich hab schon gesehen, wo ich hin soll. Ein Leben noch. Das speichere ich mal hier lieber. Ich bin mir nicht sicher. So. Sicher ist sicher. Und segeln. Ach, ich hätte die Kiste noch mit kaputt machen sollen. Ach, scheiße. Komme ich da nochmal zurück? Na, wir kommen da bestimmt nochmal hin. Ich will jetzt kein Leben hier verschwenden. Und hier kriegen wir ein Leben. Super. Da ist schon wieder so ein Bananenschmeißer. Und ich hab schon wieder einen gekriegt. Und hier ist schon wieder so ein Beschleunigungsding. Oh Gott, wo führt mich das dann hin? Ich glaub, man musste hier auch, äh, wieder eine übelste Strecke, so zwei, irgendwie nehmen. Damit man mal an einen bestimmten Ort kommt. Die G-Chin ist immer gut. Hört ihr den? Ne, 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 ne. Was nützt das, wenn wir den jetzt töten? Oder müssen wir den überhaupt töten? Wo ist der denn? Hier hinten? Ach, der ist eins höher. Alles klar. Hier ist aber schon das Ende. Da oben ist auch noch einer. Ich glaub, wir müssen jetzt den... Oder können wir hier hoch? Ah, ne, zurück. Gut. Ich glaub, wir müssen jetzt mal zurück und den... Ähm... Den Gang. Aber ich konnte doch gar nicht zurück. Ja, die Kiste muss ich unbedingt auch noch kaputt machen. So. Noch da kann ich. Ah, hier. Hier kommen wir jetzt höher. Ich glaub, hier komm ich zurück. Soll ich jetzt noch mal da lang, äh, ran? Ähm... Bin ich hier erstmal hier lang. Ich merk mir aber die Kiste. Oh, da ist der Schlüssel. Oh, wieder so ein Bananenschmeißer. Nicht mit mir. Ich frag mich grad, ob ich die... Nein! Oh, nein! Oh, schnell hier hin. Ich will kein Leben verlieren. Ah, Gott sei Dank. Einen hab ich aber erwischt, glaub ich. So, hier... Hol ich mir doch erstmal die Kisten hier oben. Und da geht's auch weiter rüber. So. Aha. Aha. Ne, ne. Langsam sieht's ja wieder gut aus. Ja, ich glaube hier in dem Level wäre ich noch ein bisschen länger sein. Weil ich denke mal, 500, ne? 500, ja. Und drei Drachen da drüben ist der zweite. Ja, ich glaube hier werden wir eine Weile bleiben. Wo war denn eigentlich die Kiste? War die nicht zum Anfang gewesen? Hm. Na, erstmal hier rüber. Hallo, Spyro. Für eine unglaubliche Tour durch die Baumgipfel reicht ein einziger Supersprint nicht aus. Hm. Ja. Das war ja wohl eindeutig. Also heißt das, muss ich hier irgendwo einen Doppelten hinlegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ist hier irgendwo was hinterm Haus versteckt? Na drüben. Hm. Ja. Da rüber. Okay. Okay. Was machst du? Oh nö. Wieso hat das denn jetzt nicht ausgereicht? Ach, Segeln. Ah, sonst muss man das auch immer erst das dritte Mal herausfinden. Hier war doch noch einer. Hühnchen. Da hinten ist der letzte Drache. Gibt er das? Da ist auch dieser Eierdieb. Wer hat jetzt die Kiste? Habt hier einer was geschmissen? So, hier gibt's zwei. Hm. Ich glaube, ich weiß auch schon. Ich glaube, hier muss ich rüber. Dann da. Das nutzen. Boah, ich komme jetzt nicht zurück, ne? Nee. Müsste ich wieder rumrennen. Okay, dann erstmal hier rüber. So. Hier erstmal hin. Ah, ich hätte die Kiste kaputt machen sollen. Ja, ich glaube, wir laufen hier auch nochmal öfter lang. Geh weg. So, ist hier was? Da ist nichts. Ah, ja. Und dann müsste ich von hier aus mit dem Super Sprint also einmal brauche ich den nochmal für die Kiste und die andere Kiste müsste ich eigentlich auch erst nochmal holen. Na, die merke ich mir noch. Ich vergesse die nicht. Aber ich muss hier einen Schnitt machen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spyro und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Ciao.